Schafft er es, alle Villager zu retten? Er hat ne Nuller-Ping, oh Gott. Was macht er jetzt? Das ist ne ganz schön ausweglose Situation. Okay, da können wir schon mal Lava einmachen. Da muss ne Holzwand hin. Original-Video ist übrigens verlinkt, Leute. Alter Junge, da werden die Villager ja ordentlich auseinandergenommen. Okay, jetzt schnell, bevor der Ping wieder funktioniert. Da hinten fliegt nämlich noch einer raus, glaub ich. Alter, schafft er das mit allem? Junge, wie kann man so einen Lack haben, ne? Da freut man sich mal, wenn der Ping ein bisschen schlechter ist, Leute. Und ja, genau da noch Wasser hin. Er hat's geschafft.